und meinst du das wird voll schon ganz schön groß unsere tonne und meinst du das wird voll schon großartig sein Was soll denn das? Was soll der Müll? Ha, so ne Flasche. Super, so lebe ich das, vorbildlicher Schüler. Ja, spende auch du deine Flasche für Jabulani, unser Sozialprojekt in Südafrika. Genau, und immer sauber bleiben. Ja, und immer sauber bleiben. Ja, und immer sauber bleiben.